Und dann bin ich froh, wenn ich das Let's Play endlich hinter mir habe und endlich Risen 2 zocken kann. Ich meine, ich hab's ja schon mal angezockt, also aber... Ich bin auch schon die ersten Parts aufgenommen, aber ich will endlich weiter zocken. Zocken! So, da sehen wir doch schon, und da hier ist der nächste Tempel, wo wir rein müssen. Und da speichere ich nochmal schnell. Und dann machen wir die hier mal. Kurz und klein. Alter, wie hast du mich jetzt getroffen, du Penner? Jetzt. Nein! Der sitzt ja lustig da, der eine. Ja, jetzt kommt halt alle auf einmal, wisst ihr? Ist ja nicht zu fassen. Natürlich daneben. Ach, wie mich das gerade aufregt. Jetzt ist es im Kreis laufen, das ist ja... Klasse. Die kommen dir jetzt bestimmt von da hinten angerannt, oder? Schubst der mich einfach den Berg runter? Wusste ich's doch, dass er angerannt kommt. Natürlich. Alter! Alter! Alter, was hat denn der für ein scheiß Problem? So, jetzt reicht's mir aber hier. Meine Güte, ey! Will die mich auch nerven! Ist... Kann ich auch. Ach, der hat sich's hier bequem gemacht. Ja, der sitzt ja richtig lässig da. Wie macht denn der das? Also, der muss echt Bauchmuskeln haben. Ach nee, der hat sich auf seinen Schwanz gesetzt. Na, wer bist denn du? Anführer! Na, komm schon. So, zwei von vier Anführern haben wir. Und dann geht es hier... Ach, das ist ja bloß so einer. Ich dachte schon, das wäre... Elf von 14 Teleportsteinen. Ich hoffe, das ist jetzt so ein Tempel hier. Sieht aber sehr danach aus. Skorpione. Nummer eins. Und da hinten haben wir schon den zweiten. Komm mal her! Gut, 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 gut. So. Und dann könnte ich den Axtkampf auch noch komplett fertig skillen. Wo geht's denn hier hin? Ach, nirgends, schön. Nun gut. Gehen wir weiter in das Grab. Und ich brauche Telekinese. Ach, schau einer an. Ach, schau einer an. Schon wieder ein Levelaufstieg. So. Ach, da ist der Eingang. Ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Das kann sie vergessen. Beere. Gut, dann hätten wir hier ja das, dann das Vorletzte. Und ich rüsse mich gleich mal mit meiner Axt wieder aus. Und schlag die Wand ein. Und ich rüsse mich nicht aus. Yes. Yes. Ah, Gott. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, nein. Nicht schon wieder. Die Büste ist garantiert bei der... Ach, ne, da oben. Nochmal ein Telekinese. Alter, ich muss mir ja mal wieder... Priesterbüste. Und dann setzen wir die einfach mal auf den Altar. Priesterbüste. Ich hoffe, der Tempel ist ein bisschen kleiner. Oder das Grab. Wie? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass es das schon war, oder? Doch. Das ist ja eine coole Sache. Das war's also schon. Das ging ja fix. Cool. Dann kann ich ja... zum letzten Tempel gehen. Das nehme ich natürlich mit. Ach, bleibt sogar auf. Schön. Schön, schön. Dann würde ich sagen, jetzt müssen wir nur noch... Ähm... in den Tempel ganz im Norden oben. Nee, komm, die lasse ich. Wo bin ich jetzt überhaupt auf der Karte? Da, wir müssen da oben hin. Naja. Warum bin ich nicht hier zuerst hingegangen, wenn's hier so schnell geht? Naja. Weiß ich auch nicht. Wenn wir eigentlich die Rüstungsteile haben, dann ist ja eigentlich schon sozusagen das Ende des Spiels vorauszusehen. Boah, ich schreck mich immer vor dem, der sich da so gemütlich hingesetzt hat. So, jetzt aber teleportieren. Nord-Ost-Tempel. Nord-Tempel. Ost-Küste. Ost-Tempel. Südliche Ruine. Vulkan-Festung. Ich wüsste, wo das jetzt da genau ist. Ost-Tempel ist es bestimmt nicht. Es sieht aus wie Nord-Ost. Ich mach einfach mal Nord-Ost. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ne? Ja, dann... Mal los. Bitte. So, Nord-Ost-Tempel. Dann guck ich mal auf der Karte. So, in die Richtung muss ich auf jeden Fall. Aber das ist bestimmt nicht da drinnen. Das wäre ja ein bisschen... zu einfach. Ich muss irgendwie da hoch. Und dann... weiß ich nicht wie. Ich kann mir nicht einfach... Ich kann mir einfach jetzt nicht vorstellen, dass es da unten im Nord-Ost-Tempel... Das geht doch mal vorbei. Dass es da unten im Nord-Ost-Tempel sein soll. Fände ich persönlich jetzt ein bisschen komisch. Wo sind der Ältere überhaupt? Ich muss den Weg erst mal hier hochlaufen. Ach, Mensch. Also, falls ihr euch fragt... Äh... Diese Folgen hier, die jetzt... Also, sind... Die sind nicht nachsynchronisiert. Äh... So, da komme ich jetzt nicht lang. Also, Heldenkrone! Alter Schwede! Da kriegt man ja jetzt... Äh... Neh... 198 Stärke! Verdammt! So, hier muss das ja dann... sein, eigentlich. Hoffe ich. Sieht auch so aus. Hier sind so Tempelsteine. Und da hinten sieht es... Da hinten sieht es wie eine Ruine aus. Das sieht gut aus. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt muss ich nur noch den Eingang finden. Hm. Oh, ja! So. Ach, das ist doch aber dieser Nordost-Tempel. Scheiße. Ach, Mensch. Ähm. Ja. Ähm. Ne, hier kann es ja gar nicht sein. Ach, wo soll denn das jetzt sein? Wieder... Kann mir das mal bitte einer verraten? Ach ja, das war doch das hier, wo wir mit Dork rausgekommen sind. Mit dem Ogre. Jetzt erinnere ich mich. Ach, Mensch. Muss ich vielleicht noch eins weiter höher, oder? Obwohl ich mir das fast gar nicht vorstellen kann. Ich höpfe einfach mal. Das geht ja hoffentlich ein bisschen schneller. Aber wahrscheinlich eher nicht. Oder bin ich mit dem Ogre von hier oben runtergekommen? Ich glaube, das war von hier oben, weil hier liegen Ogre-Keulen. Bitte lass es richtig sein. Scheiße. Speichern. So. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh. Ha. 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 Vielen Dank.